Hallo, mein Name ist Rainer Schäffler. Ich komme aus Wien, hier nach Deutschland, nach Mülheim an der Ruhr, direkt in ein Präsenzseminar. Die Trader-Ausbildung geht eine längere Zeit, ein bis zwei Jahre, hat fundierten Hintergrund, in dem wir wirklich alle zusammenarbeiten können, in dem man sich wirklich wohlfühlt und für mich auch wichtig, die Authentizität. Die Leute, die hier unterrichten, sind Trader und behaupten das nicht nur, sondern das sind Trader. Das heißt, jeder Schritt, der hier erklärt wird, wird vorgeführt mit Echtgeld, mit wirklichen Bereichen, sodass ich dementsprechend nachvollziehen kann, ist das, was ich jetzt lerne, in der Realität draußen überhaupt durchführbar. Und das ist das Wichtige, indem man von Tradern leitet, die auch selber Trader sind. Nicht im Internet behaupten, Trader zu sein, sondern hier sieht man das auch mit einem sogenannten Future Room oder Live Training Room, wo man einen Zugang bekommt, wo Birger seine Vorgehensweise live mit dir kommuniziert. Und so fühlt man sich auf der sicheren Seite, auch wenn man mal, und das ist Part of the Game, ein Minus macht oder zwei-, dreimal ein Minus macht, dass man an sich selber weiter glaubt und selber erfolgreich werden kann. Grundsätzlich die Umgebung, die Schulungsräume ideal, familiär, nett, klein gehalten, sodass man wirklich durch einen persönlichen Austausch das Gefühl hat, ernst und wichtig genommen zu werden. Jeder Trader. Und wenn es Fragen gibt, wird wirklich schnell geantwortet, fachlich kompetent. Man kann sowohl E-Mails schicken, als auch zwischen diesen Live Events, die mehrere Stufen umfassen, gibt es das Monitor-Mentoring-Programm, sodass man permanent auch erinnert ist, daheim nicht loszulassen, sondern wieder was zu tun, sich dabei wieder zu konzentrieren und Verbesserungsvorschläge bekommt. Und so wird man dann im Zuge dessen, nicht nur, dass man was lernt, sondern im Zuge der ganzen Zeit nicht nur das Fachliche, die Werkzeuge, der Werkzeugkoffer übergeben, sondern die Erfahrung des Menschen an den Chart gebunden. Ich kann nur sagen, danke vielmals, dass wir die Möglichkeit haben, hierher zu kommen, dass sich die wirklich viel Zeit nehmen, die schauen nicht auf die Uhr und dass man dann auch das Gefühl hat, es funktioniert auch, zu Hause es in die Realität, in sein tägliches Leben einfließen zu lassen. Einen wunderschönen Gruß aus Wien.